Servus Leute und hat sich bekommen zu einem kleinen Special FFA Aufrast Wascherschaft Wascherschaft Ohl Intervention mit dem Boss Hallo Hallo Wichtigkeit Wichtigkeit Werste Begrüßung Eine Wunder schon wieder begrüßt Ja Er ist es game heute am Tag Heute am Tag Moor Ich hasse dich Danke Warte ich einfach nicht Okay Du leckst bei mir so mega rum Oh Warum habe ich die Schocken rausgenommen Alter Nein Ach komm Ich hasse dich Danke Nein Hure Na komm Ich hab Der Boss Ohli Sniper hat mir immer noch gesagt Ich dachte Nein Ich darf das Ich darf das Wegen Leon habe ich jetzt einen schönen Platz jetzt gefunden Was los ist hier? Ach Mann DÖP 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 DÖPiga Leipzig Kemp doch nicht so ich hätte doch gar nicht 2 nachher gehen aber die zu viel da kommen so müssen ich verstecke ich auch nicht nicht nein du versteckst dich gar nicht habe ich echt nicht warum spiel ich überhaupt noch hier nicht nein es hat gemerkt auf der Schnelle und diese Lecks schon wieder kommen die grafik auf ob leicht wenn er verständlich auf kugel kommen ob man da ich auch oh mein gott wie ist plötzlich die shop kommen gekommen ich weiß nicht ich weiß nicht wie das passiert passiert ist bei dir auch mal was nein eigentlich nicht genau der markt noch nicht so viel vor jungen und nicht gesehen so lustig r stimmte der kraft ist ich vergesst es machen wir doch mit flächen aber du darfst sie nicht benutzen weil du benutzt sie immer und zwar alle zwei oder drei hinterher aneinander ich hasse dich war richtig warum habe ich gerade sinnlos ist und das diese kraft genau sicher ja habe ich auch wir sollten nicht mal bei den anderen dass sie das fetchen ich bin ich nicht gelaufen warum bist du immer alter das hast reingelaufen wir haben gesagt vielleicht ist es nicht erlaubt du kannst du auch hier stimmt ja dabei was warum ist immer so behindertige geräusche in Köln da kommt wenn wir nicht auf dem Züchel machen jedes Mal ich sehe nix da kommt man kann die kündig war es nicht wunderschön er war wunderschön ganz ganz toll er und dann ist halt der Bänger deswegen hat er auch gewonnen und damit verabschiede ich mich mit einem ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und sag mal auf Wiedersehen tschüss